Das komischste an dem Spiel sind aber definitiv die Bosskämpfe. Einmal wäre da so ein Zombie-artiger Boss, der so ein bisschen rumtanzt und dann einfach nur tot umfällt. Dann wäre da noch so eine Art Riesenspinne, die schon auf dem Boden liegt und sagt Tut mir leid, ich bin schon tot! Und du wirst vor allem nicht gleich ein Boss, mit dem man einfach feiern geht. Bist du der Boss? Oh ja, der bin ich!